Der Transfer ist jetzt tatsächlich durch. Casemiro wechselt von Real Madrid zu Manchester United und im folgenden Video möchte ich einfach mal so ein bisschen meine Gedanken äußern, warum ich denke, dass es ein wirklich guter Transfer für United ist, trotz der hohen Ablöse. Zuallererst muss man sagen, United hatte ja so zwei große Probleme auf der 6er Position. Vor allem war das die defensive Schwäche, wie man hier jetzt auch sehen kann am 1 zu 0 gegen Brentford. Da hatte man niemanden, der hinten bleibt und die gegnerischen Angriffe zerstört, indem er halt die Passwege antizipiert und durch harte Tacklings den Gegnern dann kein Durchdringen ermöglicht. Genau in diesen genannten Bereichen ist halt Casemiro der beste 6er der Welt, muss man so sagen und ich denke, er wird bei United direkt Einfluss nehmen, da er so auch durch seine defensive Spielweise den Innenverteidigern mehr Zeit verschafft, sich zu sortieren und dann auch dementsprechend solider zu verteidigen. Denn zuvor wurde United halt einfach sehr oft einfach durch das Zentrum überspielt und da war halt niemand, der wirklich was entgegenzusetzen hatte, was sich mit Casemiro denke ich auf jeden Fall ändern wird. Trainer Ten Hag hatte ja auch bei Ajax sogar einen ähnlichen 6er mit Edson Alvarez, der das Spiel des Gegners defensiv ähnlich zerstören konnte wie Casemiro. Er ist ja glaube ich auch, beziehungsweise Edson Alvarez kann ja auch Innenverteidiger spielen. Das heißt, da hat Ten Hag trotz seines Systems, wo ja viel über die Spielstärke kommt, bei Ajax einen Spieler gehabt, der halt eigentlich nur für Defensivaktionen zuständig war, aber dann spielerisch nicht der stärkste war. Das Ganze trifft gewissermaßen auch auf Casemiro zu, aber halt auf einem ganz anderen Niveau, denn Casemiro ist zum einen Defensivstärker. Im Vergleich zu seiner Defensivstärke ist sein Passspiel auch nicht so gut, aber es ist halt trotzdem richtig gut. Er ist definitiv ein solider Passgeber, denn sonst hätte er auf keinen Fall bei Real Madrid so lange in diesem legendären Dreiermittelfeld gespielt. Denn das zweite Problem, was United halt auf der Position hat, war die spielerische Limitiertheit, sich hinten herauszuspielen, weshalb man ja auch lange Frenkie de Jong holen wollte. Casemiro kann also durchaus mal gute linienbrechende Pässe spielen, aber seine Hauptaufgabe wird auf jeden Fall das Verteidigen im Mittelfeld sein und die Bälle kurz auf die Mitspieler zu verteilen, die ihn dann halt vorantreiben und verteilen sollen, was bis hierhin in der Saison halt die Aufgabe von Fred war. Also das gleiche Aufgabenprofil, was Casemiro jetzt bekommen wird, der an beiden Aufgaben gescheitert ist, da Fred halt eigentlich ein völlig anderer Spielertyp ist. Und das Ganze bringt uns auch zum nächsten Punkt, nämlich wie United spielen wird. Da gibt es zum einen halt die Option mit eben jenem besagten Fred, denn bei Brasilien spielt Casemiro auch oft in einer Doppelsex mit Fred, der jetzt auf seine richtige Position rücken könnte und als Achter spielen könnte, wo dann halt auch seine größte Stärke, nämlich das Pressing, zur Erscheinung kommen könnte, was bis jetzt halt so nicht ging, da er zu defensiv eingesetzt wurde, da man da keine wirkliche Alternative hatte. Sehr wichtig bei dem Aufbauspiel wird dann wohl auch Eriksen werden, denn so bietet sich Ten Hag die Möglichkeit, das Real Madrid-Mittelfeldtrio so gewissermaßen in der Spielweise ein bisschen nachzubauen, in dem halt Casemiro, wie auch bei Real, den defensiven Ankerpunkt und auch den Abräumer darstellt, der dann die Bälle kurz auf Eriksen und Bruno Fernandes verteilt, wobei dann Eriksen als linker Achter spielen könnte, ähnlich wie letztes Jahr auch bei Brantford, wo er ja auch wieder aufgeblüht ist, da hat er auch in einem Dreier-Mittelfeld als linker Achter gespielt. Der Däne könnte dann dabei tief kommen, um die Bälle zu holen und dann nach vorn auf die offensiven Spieler zu verteilen, ähnlich wie groß halt bei Real, während Fanage auf der anderen Seite sich so ein Stück offensiver, ähnlich wie Modric zwischen den Ketten bewegen könnte, um dann halt gefährliche Situationen zu kreieren, wobei er sich situativ auch mal tief fallen lassen kann und auch mal Eriksen den offensiveren Part übergeben könnte. Dadurch, wenn das Ganze funktioniert, könnte dann halt auch Ronaldo vorne im Strafraum auf die Bälle warten, anstatt wie jetzt in den ersten zwei Spielen, wo es halt gar nicht funktioniert hat, sie selbst abzuholen, wodurch er dann vorne drin fehlt, falls man mal einen Durchbruch erzielt und dann in den Strafraum passen oder flanken könnte. Casemiro bringt mit seinen 30 Jahren natürlich auch enorm viel Erfahrung mit und auch eine große Führungsstärke. So könnte er auch jungen Spielern bei der Entwicklung weiterhelfen. Da denke ich vor allem an den James Garner, der wirklich ein großes Talent bei United auf der 6er Position ist, der sich da auf jeden Fall gut weiterentwickeln könnte. Natürlich stellt sich bei seinem Alter auch gewissermaßen die Frage, wie nachhaltig die Verpflichtung ist, wie lange er auf Top-Niveau spielen kann, aber ich glaube, das Alter ist bei seiner Spielweise nicht wirklich wichtig, da er ohnehin kein wirklich hohes Tempo aufzuweisen hat und durch seine Spielweise auch überhaupt nicht auf Tempo angewiesen ist. Aber ich denke, der hat schon noch ein paar Jahre auf dem Niveau, was er jetzt aktuell hat im Köcher. Klar ist, dass Casemiro mehr Geld bekommen wird, aber ich denke, er wird trotzdem zu 1000% motiviert sein und alles geben für den Verein, denn sonst hätte er, denke ich, auch einfach in Madrid bleiben können und weitere Titel einsagen können, aber er will halt eben die Challenge United zurück nach oben zu führen. Außerdem möchte er sich auf jeden Fall bestmöglich präsentieren, um dann auch bei Brasilien bei der WM im Winter gesetzt zu sein, denn da hat er ja auch große Konkurrenz mit Fabinho, wenn man jetzt nur mit einem klassischen 6er spielen wird. Im Endeffekt ist es auf jeden Fall ein Transfer, der United direkt defensiv stabilisieren wird, was auch definitiv notwendig ist, um aus einer sicheren Defensive nun auch nach vorne spielen zu können. Natürlich ist der Preis vielleicht ein bisschen hoch und es sind auf jeden Fall noch weitere Verstärkungen notwendig, aber ich sehe das Mittelfeld jetzt auf jeden Fall gut aufgestellt erstmal und glaube, dass Casemiro trotz seines Alters mit die bestmöglichste Lösung war, weshalb man sich seine Dienste auch mal ein bisschen mehr kosten lassen kann, wie es der eigentliche Wert von ihm hergibt.